Musik 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 Wer es heute im Rahmen vom Beachvolleyball Grand Slam nichts ins Casino felden geschafft hat, der ist auf alle Fälle hier und das sollte er auch. Hier die exklusive Party der Fusion Jungs im Lakes Hotel am Wörthersee und was hier genau abgeht, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Musik Musik Ja, hinter so eine neue Location Sunshine Lakes gibt es jetzt seit drei Wochen. Was ist denn das Besondere am heutigen Abend? Wir haben heute mal so eine Soft Opening Passage Night heute natürlich, weil hinter Sunshine Lakes steht natürlich auch die Wiener Passage. Wir haben versucht hier, weil es ganz was Neues zu inszenieren am Wörthersee. Und haben hier einen Beachclub eröffnet, eine Lodge hier mit einer riesigen Bar und einem ziemlich stylischen, glaube ich, Restaurant. Und heute ist schon ganz, ganz viel Publikum aus Wien, auch da aus der Passage. Glaubst du, dass das noch weiterhin der Fall sein wird, dass die extra herkommen? Nein, das ist nicht nur das Ziel. Das Ziel ist einfach auch was Neues am See zu etablieren. Und natürlich, wenn Leute aus Wien kommen, dann sind sie herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich, Freunde aus der Passage zu sehen. Aber natürlich auch Leute aus Deutschland sind in die Hotels. Das Hotel ist natürlich high standard und sind sehr viele internationale Gäste hier. Thomas, du bist heute bei der Fusion Party hier im Lex Hotel. Was ist denn das Besondere bei der Party? Es ist gute Musik. Und es sind tolle Leute hier. Aber es sind ein bisschen zu wenig Leute da und somit kommt nicht eine gute Stimmung auf. Okay, und woher hast du von dem Event gewusst? Keine Ahnung. Bis vor vier Stunden bin ich daheim im Bett gegangen. Wir sind aus Wien hergekommen. Nur wegen der Party. Meine Freude, dann haben das da drüben gewusst. Vielleicht die Kamera einmal kurz rüber. Ja. Die Linke, das ist die Sarah. Die Rechte, die Verena. Die haben das gewusst. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Party machen heute. Danke. Komm auf der Location. Partybegeisterte Leute. Wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall vorbeikommen zum Lex hier am Wörtersee. Es ist einen Besuch wert und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, baba.